Okay, die Level werden immer lustiger, habe ich so den Eindruck. Die Level werden immer lustiger. Ich bin gerade ein bisschen am überlegen, was ich hier machen muss überhaupt. Wir können erst mal gucken, was gibt's denn? Okay, da unten gibt's einen roten. Ich glaube, ich will den gar nicht färben. Da gibt's einen grünen. Genau. So, wir gehen mal auf rot zurück. Das heißt, ich nehme den, gehen wir auf grün, dann schnappe ich den mal. Dann würde ich mal wieder auf rot gehen. Können wir da durch. Lila. Okay, wir gehen mal auf grün. Nee, gelb. Und rosa. Also eigentlich könnte ich hier sagen, Sekunde, lila. Dann bleibst du in der Farbe, in der du bist. Dann kannst du gelb sein. Auch Farbe, die du bist. Kannst du pink sein. Auch Farbe, die du bist. Und dann schieben wir dich einfach mal da rüber. So. Dann würde ich hier sagen, auf jeden Fall grün. Ah, wegen dem... Ah. Deswegen ist es so kompliziert. Lila. Okay. Autsch. Autsch. Ich hab verstanden, was das soll. So. Was ich halt nicht darf, ist mich in pink verwandeln. Pink. Pink gibt's aber auch nirgends. Das wäre einfach nur gelb. Was nichts Problem wäre. Was überhaupt nichts Problem wäre. Das da oben wird spannender. Okay. Wir machen mal rot. Wir düsen hier rein. Wir gehen wieder auf grün oder irgendwie sowas. Wir schnappen dich. Wir gehen wieder auf rot. Und wir machen wieder Zauberfarbe. Bam. Seh schon rot. Ja, dann kann er halt irgendeine andere Farbe kriegen. Das juckt nicht. So, und jetzt wollen wir pink haben. Hihi. So. Und da will ich aber nicht... Doch, da will ich blau haben. Super. Blau ist nach rechts. Okay. Und dann haben wir hier rot. Und wie geht die Tür auf? Ah. So. Gut. Dann wäre das ja jetzt hier grün. Wenn ich das richtig sehe. Super. Türkees. Wirst du wieder rot. Dann machen wir hier wieder auf pink. Nehmen wir dich mit. Und dann sagen wir hier grün. Sagen wir hier rot. Das war blöd. Okay, wir gehen wieder auf grün. Wir nehmen eine andere Farbe. Okay, das heißt hier ist orange. Gelb. Tschüss. Dann kommt hier pink. Tschüss. Und dann haben wir jetzt auf jeden Fall grün. Und rot. Und die Tür steht uns offen. Und dann denke ich... ... Okay, ich würde mal gerne Dings mir angucken Da unten ist Tod, ne? Ein bisschen, okay Habe ich verstanden Dann würde ich hier mal sagen Aus mit euch Man kann sich überlegen, ob man für euch nicht Eine bessere, ja, ja, genau Ob man sich für euch nicht Eine bessere Position überlegt Gut, ich muss erstmal gucken Ob wir das nicht besser hinbekommen Zum Beispiel Du fährst ja jetzt so rum Und du dann so Aua So, was ich eigentlich wollte Oder was ich eigentlich ganz gerne gewollt hätte Wäre An der Stelle hier Also ich hätte ganz gerne Dass die Kiste hier stehen bleibt Dass wir hier so eine Treppe haben Dass ich hier drauf hüpfen kann Und dann quasi weiter hüpfen auf den anderen Und dann Aber vielleicht muss ich da noch ein bisschen warten Und mal schauen, wie die Verteilung da so ist Zum Beispiel so Nicht ganz Aber fast Wir probieren das noch ein bisschen So So, das könnte hinkommen Vielleicht auch nicht Nein Die Frage ist Ja, ich meine Hochkommen tue ich ja Auf den drauf komme ich ja Okay Das heißt Wir müssen noch ein bisschen üben Das Problem, das ich halt so ein bisschen habe Ist Das halt nach meinem Empfinden Gut sein kann Naja Das reicht halt nicht Das reicht halt nicht Andere Farben Bringt mir nix Wir Beseitigen uns nochmal Starten die Karte neu Im Grunde wollen wir ihn ja orange lassen Aber wir wollen halt schon auf dem Schalter sein So fände ich es ja gut So Und dann Ah, das geht aber auch nicht So Und da komme ich auch nicht hoch Nee, das klappt nicht Okay Okay Da muss das wirklich On the fly passieren Aber ich wüsste nicht Das Ding muss orange bleiben Das Ding muss orange bleiben Weil dann kann ich nämlich Orange ausschalten Und gleichzeitig die Tür schließen Okay Verstanden So Wie lassen wir das Teil orange? Das ist jetzt so ein bisschen die magische Frage Darunter darf ich ihn ja nicht schmeißen So Erstmal pink Okay 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 Wie ist das? Zack Aua Okay, also Äh, bitte was? Okay, dann bleiben wir mal hier Boah, das wäre ja voll den Flan ausnutzen Wenn ich das gerade richtig sehe Okay So, schauen wir mal, was passiert, wenn wir das so machen Okay, so sollte es nicht passieren So, also Ich hätte dich Nehmen So, schauen wir mal, was passiert, wenn wir das so machen So, schauen wir mal, was passiert, wenn wir das so machen So, das ist ja jetzt mal eine interessante Frage So, ich muss ja da rüber Und dann muss ich jetzt dem folgen Hier muss ich sagen Pink aus Jetzt muss ich sagen Türkis aus Shit Wenn wir das so machen, dann kann ich das so machen, wenn wir hier alles auf